Boah, Alter! Hi! Aha! Juhi, you beauties! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einem neuen Spiel, was wir noch nie gespielt haben, nämlich Ring Fit Adventures. Oh, ja! Oh mein Gott! Okay, das ist witzig. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn du das machst, so Muskeln! Wie Intensiv! Alle Storydesigner so, wie nennen wir unseren Hauptcharakter, der ein Ring ist? Hm, Ringer! Und alle so, du warst im Fahrrad. Ich so, küss mich. Das ist cool wie Autofahrne. So fahr ich auch immer in die Kurven. Oh mein Gott! Vor allem wie du mir so einen Hintergrund hast. Habe ich gar nicht. Nein! Ich weiß noch, wo mein Hintergrund ist. Nein, ich weiß noch, wo mein Hintergrund ist. Weee! Oh, das ist cool. Das ist echt mega. Vor allem das Haar-Packet so richtig crazy. Ah, den musst du kaputt machen. Nach vorne so. Ach so. Oh, hab ich mich getötet? Äh... Ach nee, das ist wie so ein Pokémon-Kampf vielleicht. Keine Ahnung. Ja, der sieht echt so fösartig aus. Aha. Mit Fittes kämpfen. Wow! So. So, ich squatch dich down. Ach so. Einfach mit dem Button so. Wow! Stuhlhaltung. Ich glaube, der braucht noch ein paar Schläge. Ich glaube auch. Das ist cool. Ach. Wetter. Elegant. Lege mich vor. Also wenn die Trainerin die auf den Bad guckt, dann vielleicht. Ja. Yeah! Wow! Wie geht's deinem Knie? Hast du auch genug was du gesagt hast? Das ist süß. Ah, sie ist so caring. Sie geht Rako. I will, Bitches. Das wird sicher ein langer, langer Kampf. Oh mein Gott. Boah, 16 Mal noch. Oh mein Gott. Burn in. Ah, ey. Boah, ich glaube, der Schuh ist schon mal sehr lange. Nee, ah ah. Ich geb doch nicht auf. Boah, Einer. Also wenn irgendjemand sagt, Ring the Fit Adventure ist kein Sport. Das ist alles im Kämpfokat. Ich bin immer so mit dem Kämpfokat. Schuh gehalten. Ah, F**k my life. You can do it Baldi! Let's go! Noch zwei! And, Prost! Oh mein Gott! Er bleibt beim Training das nächste Trick! Ich hatte so drüber, ich habe keine Vorstellung gemacht. Bist du nicht tot? Ich bin tot, ja. Was war das denn? Oh, er ist tot, mein Gott. Oh mein Gott, ich bin auch tot. Wir sind tot. Und tot und schmerzlich. Hi. Du bist gar nicht so schmerzlich. Oh, jetzt auch noch Abschlusspose. Oh mein Gott. Ja, solltest du dir was Trockenes anziehen, wenn ich dir so duschen? Wer braucht denn duschen? Das ist voll überwertet. Du bist doch ein Gamer. Gut gestratcht. Yay. Bye. Bye guys. Love you. See you in the next one. Und check die Social Media Kanäle aus. Bye.